Willkommen zurück bei Masters of Orion, dem Titel, den wir uns erst noch verdienen müssen. Eigentlich heißt das Spiel ja Masters of Orion, nicht Masters of Orion. Ja, ihr hört es schon im Hintergrund. Ich lasse mal im Hintergrund eine Playlist laufen mit Songs von Techno X. Einen Kanal findet ihr natürlich in der Videobeschreibung als auch in meinen Kanal Empfehlungen. Der Junge macht viel Musik, macht gute Musik mit einer relativ großen Bandbreite, so verschiedene Stilrichtungen und es ist alles rechtefrei. Man kann sie also auch in monetarisierten YouTube Videos verwenden. Man kann sich also dann auch direkt ein Formular dafür von seiner Webseite herunterladen für jeden Song. Okay, zurück zum Spiel. Wir hatten ja in der letzten Folge wieder den Kontakt zu den Mirschhans aufgenommen und da schauen wir mal in die Diplomatie, ob wir schon... Ähm... Na? Will er nicht. Will er auch nicht. Was ist denn jetzt hier los? Und nicht doch. Na sag mal. So. Jawohl. Jawohl. Jetzt funktioniert es wieder. Ähm, ja. Ab in die Diplomatie. Jawohl. Wir haben einen Spion inzwischen bei den Mirschhans. Also, schauen wir mal, was die zu bieten haben. Wir haben Hyper-V-Raketen. Die sind nicht so gut wie unsere Hyper-X-Raketen. Ähm, das ist halt eine, ähm, ja, Technik, die gar nicht in unserem Technologie-Baum drin war. Das ist auch eine Besonderheit bei Master of Orion, ähm, dass der Technologie-Baum, ähm, ja, nicht für jede Rasse vollständig ist, sondern dass da Lücken drin sind. Ähm, dass es also in diesem Baum zwangsweise Technologien gibt, äh, die man gar nicht erforschen kann, sondern die man zum Beispiel tauschen muss. Ähm, ja. Mit anderen, äh, Rassen. Ähm, erst mal wollen wir aber schauen. Und, dass wir ein Handelsabkommen mit den Mirschhans, äh, beschließen, damit wir da auch noch ein bisschen Geld verdienen. Ja. Und mal so mitkriegen, ein bisschen was die Mirschhans wieder von uns halten. Hail, revered Emperor of the Humans. Ist ja schon mal eine vielversprechende Begrüßerung. Myanmar bears greetings from the most powerful Mirschhans. So, dann schlagen wir mal einen Handelsvertrag vor. Oh, da haben wir ja eine reiche Palette. Gehen wir mal nicht ganz groß rein, sondern erst mal mit 125, äh, credits. Jawohl. Passt. Das hört sich doch gut an. Und, ähm, damit die Katzen guter Laune bleiben. Kleiner Tribut noch obendrauf. Ähm, ne. Generally thanks for your generous tribute in difficult times. Das hört sich doch gut an. Ne, da werden die Beziehungen weiter ausgebaut. Ähm. So, ich hoffe mal, das geht mit der Lautstärke der Hintergrundmusik. Ich mache es dann hier mal auf den Kopfhörer ein bisschen leiser. Mal hören, wie es dann später in der Aufnahme ist. So, diplomatisch haben wir hier erstmal nichts weiter zu tun. Schauen wir auch nochmal bei der Technik vorbei. Ja, da werden wir bald die Ionenkanone entwickeln. Hier seht ihr, hier haben wir die Hyper-X-Raketen. Die sind, ähm, fortgeschrittener als die Hyper-5- oder Hyper-V-Raketen. Ähm, 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 das ist also soweit auch noch alles im grünen Bereich. Wichtig ist, dass wir hier bei den Computern, äh, vorhand kommen. Ähm, dass wir den Improved Space Scanner, äh, bald haben. Das war also damit kriegen, ähm, wohin die Schiffe dann auch unterwegs sind. Ne, nicht, dass wir sie nur sehen, sondern auch noch wissen, wohin sie unterwegs sind und wann sie dort ankommen. Auf in die nächste Runde. Jawoll, da haben wir sie, die Ionenkanone. Das ist gut. So, dann können wir noch die entsprechende Waffe für unsere Bodentruppen entwickeln. Nämlich die Ionen-Rifle, also das Ionen-Gewehr. Ja, äh, Mars-Driver, das ist auch wieder eine Waffe für Schiffe. Der Neutron-Blaster, auch wieder eine Waffe für Schiffe. Ja, aber erstmal kümmern wir uns um Waffen für den Bodenkampf. So, Sol ist auch fertig damit, seinen planetarischen Schild zu bauen. Deswegen wird auch hier wieder etwas Budget gelenkt in den Ausbau der Raketenstellungen. Und, haben wir noch weitere gute Nachrichten? Nichts soweit. Oh, aber ihr seht, ne, sind nur noch ein paar Planeten offen, die noch keinen planetarischen Schild haben. Population sieht soweit überall gut aus. Auf Polos natürlich hängt die Bevölkerungsentwicklung etwas hinterher, denn das ist halt ein Hostile Environment. Da ist die Fruchtbarkeit nicht so groß, die Bevölkerungsentwicklung. Also auch gehemmt, dementsprechend. So, oh, soweit so gut, Polos. Baut aber auch am, achso, die sind noch dabei, die Industrie aufzubauen. Okay, den haben wir ja gerade erst kolonialisiert, den Planeten. Okay, auf in die nächste Runde. Zack, zack, zack. Bewegt sich was? Es bewegt sich. Ah ja, unser Scout hat ein neues System entdeckt, nämlich Rheun, ein toter Planet, auch Hostile. Also, dieses Bevölkerungswachstum ist halbiert. Nicht unbedingt jetzt was zum Kolonialisieren. Und wir können mal reinschauen. Ähm, nochmal in die Technik, ob wir jetzt eigentlich alles beisammen haben, was ich für einen, oder haben wollte, bevor wir ein neues Schiff bauen. Der Improved Space Scanner, das ist keine Schiffstechnologie. Construction ist auch keine Schiffstechnologie. Forcefield, der Repulsorbeam, das ist auch, ähm, ja, eine Schiffstechnologie, aber eher was für größere Schiffe, dass wir halt, ähm, ja, gegnerische Schiffe Ähm, um ein Feld wegschieben kann. Ähm, ja, damit die also mit Waffen kurzer Reichweite eben nicht mehr angreifen können. Ist eher was für, für größere Schiffe, was man da bei Gelegenheit anbaut. Planetologie, okay. Propulsion, ja, die Fusionstriebwerke. Ähm, ja. Die haben jetzt hohe Priorität. Ähm, ähm. Ähm, da müssen wir also noch ein bisschen anwarten. Und, äh, Waffen natürlich die Ionen, äh, Flinte. Das ist nur verboten. Okay, auf in die nächste Runde. Ähm, ähm. Na, und ihr hört schon im Hintergrund, was der Junge für ein Spektrum drauf hat, musikalisch. Techno X. Ähm, ähm. Na, das ist also schon abwechslungsreich. Okay, hat sich hier nichts weiter getan. Ähm. Noch mal in die nächste Runde. Ähm. Jawohl. Und da ist dann auch unser, äh, nächster Scout angekommen. Und, äh, ja. Auch kein vielversprechender Planet. Ne, verseucht, irradiated, verstrahlt viel mehr. Und infolgedessen natürlich auch das Bevölkerungswachstum halbiert. Aber Hauptsache, wir sind da. Ne, solange unser Scout da in der Umlaufbahn bleibt, ähm, haben wir da keine Probleme. Ähm. Schauen wir mal, ob wir... Ach, so lang. Hier noch weiter entlegende Systeme erreichen können. Da haben wir nix. Hier sind wir auch an der Kante. Kommen wir hier hinten ran. Der ist in Reichweite. Da schicken wir mal einen los. Ähm, 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 ja. Und damit ihr vielleicht den Guardian einfach nochmal in Aktion seht. So. So. Schicken wir auch da hinein. So. Ähm, 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 so weit so gut. Auch in die nächste Runde. Zack. So, Raiden ist auch fertig mit dem planetarischen Schild. Auch da wird wieder... Dann der Ausbau der Raketenbasen fortgesetzt. So, da lassen wir es mal ein bisschen langsamer angehen, weil allzu viele Ressourcen produziert dieser Planeten ja nicht. Ja. Da soll ja auch noch was beisteuern. Wie sieht es mit der Industrialisierung aus? Okay. Da... Müssen wir noch, äh, ja, Fabriken auch aufbauen. Und zwar nicht allzu viel, aber... Das sollten wir dann auch haben. Dass da wir jetzt keine Kapazitäten verschwendet werden. Auch in die nächste Runde. Ähm. Nichts passiert. Okay, wir gehen dann noch mal auf die Diplomatie. Und... Ja, bei den Mecklas haben wir sieben Schmione. Können wir mal ein bisschen das Budget kürzen. Na, die halten sich alle noch bedeckt. Noch wollen wir den Mecklas ja nicht ans Fell. Und bei den Mecklas haben wir einen, der sich auch erst mal zurückhält. Schauen wir mal, ob die Jungs weitere Technologien entwickelt werden. Ja, das ist nix der Fall. Und... Und, ähm, ähm, uh, ne Allianz. So weit möchte ich dann doch noch nicht gehen. Der gegenseitige Nicht-Angriffspakt, ähm, reicht mir erst mal. Und, ja, damit sie nicht umsonst gekommen ist, ne. Gibt's nochmal ein kleines Handgeld. Wichtig ist hier die Geste. Genau. So weit, so gut. Das soll's dann für diese Folge auch erst mal wieder gewesen sein. Ich speichere wieder den Spielstand ab. Zack. So, auch hierhin. Okay, 22. Und ab dafür. Okay. Gut. Das war's für dieses Mal. Ich hoffe, ihr seid auch am nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, bleibt mir treu. Bleibt mir gewogen. Erfühlt sich weiter. Atschüß. Bittö.